Es ist sehr schwer, das zu beschreiben. Für mich waren viele Emotionen natürlich. Wir haben drei Monate vor dem Trainieren und zum Ende haben wir diese Goldmedaille. Ich bin glücklich, hier zu sein. Das ist mein fünftes Jahr hier in Potsdam. Jedes Jahr ist es besser. Ich freue mich, dass ich hier spielen kann. Die Medaille sind super nett. Ich kann nicht warten, bis das nächste Spiel wird.